Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Uncharted 3. Ich muss erst mal wieder klarkommen hier. So. Ja, und ich bin wieder dabei. Ah, okay, das war die Scheiße, wo ich hier, weiß ich, wie oft gestorben bin. Erstens wegen dieser Dinger. Hab ich noch nicht gesehen. Und zweitens, na, du hast ja eine Mitte spät. Ich hab nur gerendert. Du kam nämlich jetzt gleich von überall und ich muss jetzt erst mal wieder reinkommen, weil es ist zu lange her. Ja, es gibt Granatenwerfer hier auf jeden Fall. Und ganz viele Scharfschützen. Der Sinn der Sache ist es. Noch nicht. Sich ein Scharfschützengewehr hier irgendwie zu erhaschen. Ja, ja, klar, aber oh Gott. Ja, das war nämlich mein Problem. Oder ein Granatenwerfer. Ja, jetzt kriegen die mich. Okay, jetzt kriegt ihr mich? Nicht? Nein, nein, du schaffst das, du schaffst das. Bleib ganz ruhig. Schieß ihn einfach, schieß einfach durch. Hau ihn kaputt. Bei solchen Sachen musst du immer mal durchhauen mit der Waffe. Ja. Nicht so ordentlich zielen. So viel Zeit hast du da in dem Moment nicht. Hab ich doch dreimal gemacht jetzt hier. Versuchen einfach, genau. So, da ist noch eine Granate, genau. Oh Gott. Wow, 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 wow. Ja, okay. Das lief nicht so gut. So, es muss auf jeden Fall irgendwie schneller, oder? Ich muss halt irgendwie irgendwo anders hin. Das ist halt so das Problem. Ich muss... Brauchst du irgendwie einen Granatwerfer oder... Ah! Was denn? Du hast dich bald nach hinten gebeugt. Achso. Granatwerfer oder ein Dingspaus oder ein Scharfschützengewehr. Granatwerfer wäre günstiger, sage ich. Fickt euch alle! Das ist aber keine gute Idee so, ne? Oh, scheiße. Nein, 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 nicht schießen! Ich hab gesagt, nicht schießen. Was versteht ihr darunter nicht? Du lebst noch, du lebst noch. Roll dich, roll dich. Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht lebend. Ihr Schweine! Nicht schon wieder in die Ecke. Er kann das mal vorhauen, da. Okay, jetzt kommt der... In dem Fall ist jetzt vollkommen weg. Okay, oder... Oder auch nicht. Ja. Oder er macht mich fertig. Oder auch nicht. Geh wieder ran. Okay. Das ist aber kein Typ mit Granatwerfer. Ne, die kommen da. Da kommt jetzt einer, ja. Den musst du... Einen von dem musst du kriegen. Oh! Das wäre optimal. Und versuch nicht so zu zielen. Also nimm vielleicht die große Waffe und baller den richtig weg. Okay. Ah, die hat auch... Du hast auch nur so eine Kackwaffe. Genauer. Weiter, weiter drauf. Ja, ja. Und jetzt versuch... Ja, ja. ...hinzukommen. Und den zu schnappen. Und dann hast du einen Granatwerfer zumindest schon mal. Dann kannst du vielleicht die Scharschützen... ...ganz gut... Oh, nicht schlecht. Hast du Trophäe gekriegt. Falls du es nicht gesehen hast. Doch, doch, hab ich gesehen. Und du bist vollkommen drin. Du musst dich voll konzentrieren. Fuck! Ah, ja. Mann, ich mach das doch. Komm, 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 komm. Genauer. Ja! Okay, sehr schön. Da liegt ein Granatwerfer. Ja, ja. Glaube ich. Ich hab zumindest eine Waffe gesehen. Abgesägte Schrofflinde. Und dahinter? Auch nichts? Da. Nee, abgesägte Schrofflinde. Scheiße. Ja, da ist einer. Also, nee, aber... Dann geh mal hoch. Geh die Treppe hoch am besten. Oh, fuck. Ja, fuck. Geh die Treppe hoch. Schnell, Mann, geh doch mal. Weil dann haben die dich eventuell nicht mal im Ziel... Nein, 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 nein. Geh doch mal! Weiter hoch, weiter hoch. Mann. Genau, hier haben die mich auch nicht im Ziel. So. Alle, dude, alle, dude. Hier hätte es im Grunde nur hinkommen müssen. So, ein Typ müsste hier noch irgendwo sein. Was? Echt? Ja, ich habe, glaube ich, Granatwerfertypen gesehen. Ja, die sind aber oben, beide. Ach, beide oben. L3. So. Ach so, da muss jetzt hochkommen irgendwie. So, und das? So, sind da gerade geflogen. Gravity. Okay. War jetzt erstmal wieder eine ordentliche... Eine Paare. Das ist besser als meine Mikro jetzt gerade. Hast du ein Mikro gehabt? Ah, da ist der süß, ja. Okay, da kannst du Beine wegschießen. Ist das der? Ist das ein Typ? Da ist der Typ. Ja. Nein, nach und nach kriegst du ihn. Schieß einfach mal die Knöchel kaputt. Du hast nie auf die Uhr geschaut, zufällig. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich kann das doch nicht. Habe ich ihn? Sieht so aus. Oh, sehr nice. Sehr nice. Wie viel? Ja, jetzt nehme ich... Oh, erstmal wieder die hier, weil... Ne, Karl. Er rennt weg. Er rennt weg. Ich sehe keine Beine. Da kann er das... Das könnte das... Das ist scheiße, dass der nicht die Schultern wechselt. Da ist er. Ja, ja, das ist der genau. Okay. Hab ich ihn? Ja. Da ist einmal. Ja, ja, die kommen jetzt gerade. Jetzt kommen sie runter, ja. Mann! Das sind eure Granatwerfer. Ah, okay, der nicht. Mann! Was ist denn das hier? Verpiss dich von mir. Ja, ähm... Die kommen auf dich zu, Granat. Ganz doll. Ah, ah. Alter. Schieß einfach. Das ist eine Kack-Waffe, Mann. Ich weiß. Schieß einfach irgendwie... Ich kann auch... Weil das alles hier... Ja. Was macht der? Mann! Was ist denn das für eine Scheiß-Waffe? Ohne Scheiß. Jetzt. Genau. Nee, er ist weg. Ist weit genug weg. Keine Angst. Okay. Jetzt noch die anderen. Der ebenfalls weg ist. Hm, auch nur ne Kahl. Wenn der Schroffind... Wäre auf die Entfernung halt besser, ne? An sich. Ja, na klar. Aber da ist er. Den kannst du, glaube ich, einfach umhauen, ja. Genau. Sehr schön. Ah, okay. Gibt's hier irgendwie einen Weg nach oben? Ja, bestimmt muss ich hier die Dinger... Ach so. Naja, ich kann ja mal die abgelegte Schrot nehmen, weil ich hab eh ne Pistole, also... So weit's hier noch ein... Behinderte? Ja, pass auf, pass auf, ja. Ah, so, nee. Wollte gar nicht sagen, pass auf, irgendwie nicht, dass du jetzt... mit deiner... mit deinem Nicht-Sicht-Winkel irgendwie so ein Scharschützen-Ding abkriegst. Da ist noch einer, genau. Ja, ja. Warte mal, ich... Warte, ich geh also zurücklehne. Wir lehnen sie mal zurück. Ich pack mal meinen Arm hinter dich. Du kannst ihn nicht weg. Nee. Na, komm. Das ist sehr gefährlich, was du hier machst, der Herr. Äußerst gefährlich. Er kann net. Ja, toll, er kann da durchschießen, ich nicht. Na? Ja, wow, 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 wow. Ja. Ich wollt grad sagen, jetzt oder nie, Baller. Ja, ja. Mach ich doch. Aber das konnte ich so schnell nicht aussprechen. Es ist ja früher quasi... Scheiße. Da, von links unten. Oh, wow, wow, wow. Das sind... Das sind Granatwerfer auch... Nee. Okay. Wieso sind das denn die Granatwerfer? Wir werfen Granaten aus und gehen die Granatwerfer. Ja, oh Gott. Links. Ja, ja, ganz ruhig. Na, komm, wirf. Wirf. Entschuldigung. Ja, da kannst du da bleiben. Ich weiß. War auch mein Ziel. Äh, mein... Dein Wille. Dein Wille geschehe. Der ist tot. Sehr schön. Ich weiß, hab auch einen Kopfschuss gemacht. Oh. Na, komm. Nochmal den gleichen. Kopfschuss. Ey. Ey, komm, das war jetzt immer ein bisschen... Der hat eine Mega-Kappe auf. Jetzt. Dun, dun, dun... Fuck. Ich bin irgendwie kacke hier. Mann, ihr mit euren Scheißwaffen. Das scheint es gewesen zu sein. Ja, die mit ihren Scheißwaffen, ey. Da muss erst ich zugucken. Ja, ja. Damit das hier funktioniert. Damit ich es hier beweise. Ich hab's drauf. So, dann geh ich da jetzt gleich raus, aber... Hast du die ganze Folge 27 etwa verkackt, oder was? Ja, ich glaub schon. Ja, oh Gott. Oh Mann, ich will nicht, diese hässliche Waffe. Die ist total kacke. Oh. Kacke. Musik hoch. Naja, nimm das mal halt dir. Die Karl liegt auch noch da. Ich weiß. Also Munition, glaub ich. Nee. Achso, ne, hast du voll. Okay. Scheinbaum. Jetzt musst du da... Oh, nein! Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Die haben wir dieses, äh, in diesem Teil schon noch nie gehabt, ne? Äh, doch, oder? Nee, das war, glaub ich, in Teil 2 oder so, hatten wir die. So. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, du musst da raus, wo die reingekommen sind. Wenn die Tür überhaupt noch offen ist. Ja, ja, die ist noch offen. Ich wollte nur mal gucken, ob ich irgendwo hin kann, wo es vielleicht noch Schätze gibt. Warst du das? Ja. Okay. Das klang so weit weg. Wo ist denn die Tür da? Ich hab mich schon gewundert. Ich hab's ja auch. Du bist ja immer noch auf See. Ich bin auch immer noch auf Kreuzfahrt. Wenn das schunkelt und munkelt. Da geht's nicht... Ja! Ich wusste es. Na, haha. Na, ich vielleicht. Okay. Okay. Ja, ja, machen wir doch. Ich muss Sally finden. Los geht's. Ich muss Sally finden. Kommen doch hier bestimmt welche, oder? Nicht? Nein. Das ist grad so ein praktisches... Er geht ins Licht. Der kleine Mann. Erwürg ihn. Mach ich doch. Was ist der? Para. Ach, ne Para. Die ist so krass aus gerade. So, da ist Licht. Geh ins Licht, Sally. Nee. Noch ein Schatz. Das ist nice. Jetzt geht's los, ja. Kommt was. Siehst du? Nee, jetzt weißt du, wo du bist. Ja, ne? Hat auch was. Kann ich die kaputt machen? Mach mal, probier mal. Ich weiß es nicht. Oh. Ach so. Ja, probier einfach mal. Mann, ich hasse, dass ich hier die Schulter nicht wechseln kann. Da könnte es sein, dass die, wenn dann noch welche sind, auf dich aufmerksam werden. Ja, ja. Da geht's nicht lang. Okay. Das wäre so der andere Nachteil. Da ist noch einer. Den kriegst du nicht ohne weiteres kaputt. Boah. Boah, boah. Komm her, Süßer. Boah, boah. Schade. Ja, schießen noch kaputt. Ja. Und wir müssen leider Fahrer machen. Ach so. Leider Gottes schon. Also, denke ich mal. Mit Präzisionsgewehr? Ja, kannst du machen. Obwohl. Ja, doch, mach. Oh. Ey, jetzt hab ich aber. Alter. Der hat. Den Superhelm auf. Viele Wickel um seinen Kopf gewickelt. Naja, liebe Freunde, mit diesem großartigen Fail und Munitionsverbrauch und Verprasselung. War kein Fail. Also, melden wir uns morgen erst wieder zurück zu Part 29 dann schon. Oder 29, ja. So, allzu lange geht's nicht mehr. Also, die Hälfte haben wir definitiv schon überschritten. Über die Hälfte haben wir schon. Ja, über die Hälfte, ja. Auf jeden Fall. Morgen 17 Uhr geht's warten. Das haben wir gar nicht erwähnt, dass du jetzt wieder dabei bist. Ich bin jetzt wieder dabei. Doch, ich hab das kurz erwähnt. Echt? Ja, die Leute haben das gemerkt, ja. Auf einmal ist dann noch einer da. Naja. Guck ihn an. Naja, bis morgen, liebe Freunde. Macht's gut. Wir sind raus. Guck ihn an. Ja. Nicht ohne. maximal.